Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Walking Dead Wir sind hier stehen geblieben, wir machen jetzt den Generator aus und dann schauen wir mal was passiert Wir müssen nämlich im Stall eine Schloss knacken oder besser gesagt abschrauben und das werden wir jetzt einfach mal tun sofern das funktioniert Abschirmblech ansehen Abschirmblech Öffne Okay, dann benutzt das Mully-Tool Ansehen-Riemen Benutzen-Riemen Okay, ich habe jetzt das Gefühl, dass er die Schere benutzt aber sehen wir gleich Ich hoffe, er benutzt sein Das ist gut Okay, er will hier auch keine Aufmerksamkeit erreden, aber... Naja, ein Schritt schneller können wir ja schon laufen Die Lampe geht noch, obwohl kein Strom mehr da ist Okay, dann reden wir doch mal mit Kenny Vielleicht hat er noch was nützliches zu sagen Ich habe ein Mully-Tool gefunden Ich habe ein Mully-Tool gefunden, aber ich habe etwas, das könnte helfen mit dem Locken Whoop, was ist das? badm Bedroh Warum gibts jetzt genau jetzt- Äh, äh, warum gibts genau jetzt Essen? So ein... Schöner Zufall Ach egal, wir machen jetzt einfach die Tür auf und gucken, was passiert A- was haben wir hier? A- ein Schloss Das ist ziemlich stürdig. Sehr stürdig. Ich werde nicht die Schrauben entfernen. Und noch eine? Ich habe so das Gefühl, dass es gleich schief geht. Oh man, oh man, oh man. Oh man, 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 oh man! Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Was zum Teufel ist das? Ich habe so ein ungutes Gefühl, aber das hat sie gesagt. Oh, 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 oh! Oh boy! And be sure to get under your nails, you've been mucking around in the dirt all day. I have to cut a cut here. Sorry. So, I'm back again and now it's going on. I just had to break a break, since it was on the door. A... Ah, a Romeo. This dairy must have meant a lot to them before the walkers destroyed everything. And his college degree. These boys aren't stupid. And his baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. Okay, da hinten ein Kratzer im Boden. Walkers aren't getting through that thing. Das sind relativ große Kratzer. Da ist das Bad. Da ist ein Bild. This must be Terry. Terry. Da ist ne Tür. Können wir nach oben? Oder sollen wir erst ins Bad? Naja. Gehen wir nach oben. Halt, stopp. Geh wieder zurück. Geh zurück. Geh zurück. Ach ne. Geht nicht. Okay, guck dann zurück, wenn man zurückläuft. Oh, hat keiner mitgekriegt. Dann schleichen wir uns doch wieder weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bitte lass Mark da sein. Ich will nicht bei kann ich bei allen sein. Ah, da ist ne Tür. Schlafzimmer Tür öffnen. Dreh da hinein. Ein Fleck. Ist das Blut? Ich hab so das Gefühl, dass wir gleich besucht bekommen. Ein Bücherregal. Ah, Farm-Bücher, Cook-Bücher. Nothing out of the ordinary here. Hm, da ist ein Bild. Da ist ein Fleck. Ein Bett. Woher ist Mark? Ich dachte, Brent hat gesagt, er war hier resten. Ein Fenster. Es fühlt sich, als wäre ein Sturm gekommen. Da ist ein Stromkabel. Aber erstmal Morphium. Da brauchen sie so viel Morphine für. Keils. Keils. Smart. Handtube. Musty as hell. Medikamente. Ich glaube, jemand brauchte vorhin noch ein bisschen Erst-Aid. Mülleimer. Ehh. Was ist das Ding? Es sieht aus wie ein paar Medikamente in hier. Wie wäre es zu saline? Was würden die Däri-Farm-Bücher mit diesem Kind brauchen? Ich glaube ja eher, dass sie Mark das Morphium gespritzt haben, ihn dann mit Medikamenten vielleicht noch, ja, bewusstlos gemacht haben und ihn dann in die Scheune gezogen haben und dahinten, ich sag's lieber mal nicht. Es ist... oah. Hm, wo geht das Kord? Wo geht das Kord? Schau mal an! Was zur Hölle? Wo einer kommt? Das hat keiner mitgekriegt! Kann er nicht sein! Öffnen! Oh Gott! Nein! Wie! Mark! Was zur Hölle passiert? Brüder! Was zur Hölle passiert? Nein! Essen! Sieh! 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 Guck! 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 Sieh! Guck! 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 Mark ist oben, wenn man keine Beine mehr hat. Mom, was ist das? Sie holen uns aus, um zu verkaufen, als Meeres. Ihr seid ihr, Skull! Mark ist aufstehen, jetzt mit kein Legs. Brenda, sag mir, er ist nicht zu essen, jetzt. Es ist wahr. Alles könnte sich gut aussehen für euch, Leute. Er würde auch sterben. Wir müssen nachdenken, um zu leben. Settel, Junge. Sie sind alle krank. Sie sind alle krank. Sie sind alle krank. Sie sind alle krank. Lee, das ist nicht eine sehr gute Sache. Sie sind alle krank. Andy ist richtig. Wir gehen nach Leuten, die jedenfalls sterben. Eine Art oder andere. Sie sind alle krank. Wie Sie. Kenney, hol den Waffen. Kenney, nein! Keine Ahnung! Wir haben viele zu tun, hier. Wir haben viele von Ihnen hier. Sie sind alle krank. Sie sind alle krank. Sie sind alle krank. Alle krank. Die schweizen. Let go of her, you son-of-a-bitch! Please! Someone! Come in! Oh, that's not good. Oh, that's not good. You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hand! We've got to find another way out of here! You damn fucking bastards! Open this door, goddammit! I will knock the goddamn door down! It... It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet... Come on, Dad. Now's not the time. What's happened? What happened? The man hit you. They threw us in the meat locker. Lee! We gotta get out of here! If they so much as touch my family, I'll kill those sons of bitches! Let us out, you sons of bitches! Dad! I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the one! Dad me! See you in the next episode. Bis dahin, tschüss!